Freie Wähler Landtagsfraktion. Meine Zuversicht 2021. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, noch hat die Corona-Pandemie unser Leben fest im Griff. Aber wir werden diese Krise überwinden. Entscheidend ist, dass wir gemeinsam für ein Absinken der Neuinfektionen sorgen, indem wir die Abstandsregeln befolgen, auf Hygiene setzen und FFP2-Masken im Einzelhandel und Nahverkehr tragen. Um so Schritt für Schritt in die Normalität zurückzukehren. Als Fraktionsvorsitzender freue ich mich schon darauf, wieder in Vollbesetzung an Plenarsitzungen teilnehmen zu können, Verbände, Organisationen und Besucher im Landtag empfangen zu dürfen und Bayern jenseits von Krisenpolitik und Pandemiebekämpfung weiter vor Land bringen zu können. Als bekennender Christ freue ich mich darauf, wieder einen Gottesdienst beizuwohnen und als Oberammergauer ein Theaterstück im Passionsspielhaus zu besuchen und durch die belebten Straßen meiner Heimatgemeinde zu schlendern. Um das Coronavirus zu bekämpfen, brauchen wir einen langen Atem. Aber ich bin überzeugt, gemeinsam schaffen wir das. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020